Musik Mal gucken, wie er im Vergleich zu Kloppi denn so auftritt. Ja, Jürgen war schon... Gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle. Es ist natürlich schade, dass er geht oder gegangen ist. Aber mit Tuchel, glaube ich, haben wir jemanden herangeholt, der das Ding, glaube ich, rocken wird. Musik Es ist eine schöne Sache, nach langer fußballfreier Zeit mal wieder etwas live zu sehen. Super Stimmung, super Wetter, gut organisiert hier. Alles top. Musik Was natürlich schön ist, ist für so ein Spiel jetzt mal für mich, das zum ersten Mal als BVB-Trainer bestreitet, so die Begeisterung zu sehen, den Support zu sehen, die Fans da zu sehen, die Begeisterung auch. Und die Vielzahl der Leute, so die Massen, die das dann bewegt. Und darauf haben wir uns die ganze Zeit gefreut und das war jetzt heute ein erster Vorgeschmack. Musik 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 Musik